Willkommen zurück zu The Division 2 und einem weiteren News-Video von mir. Und heute geht es ein weiteres Mal um das Titel Update 9.1, denn die Entwickler haben hier weitere wichtige Informationen preisgegeben und genau darüber werde ich mit euch sprechen. Und wenn ihr auch in Zukunft kein Guide und kein Infovideo mehr rund um The Division 2 verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Sprechen wir erstmal darüber, wann das Titel Update 9.1 live gehen soll. Das letzte Mal haben ja die Entwickler gemeint, es wird irgendwann Mitte des Monats soweit sein. Jetzt wissen wir, dass es am 12. Mai 2020 soweit sein soll, dass das Ganze dann online auf den Servern bereit steht, um von uns gespielt zu werden. Des Weiteren geht es bei dem Titel Update 9.1 natürlich vor allem um Balancing-Anpassungen. Und welche das sein werden, da gehen wir jetzt gleich im Detail drauf ein. Doch bevor wir über die Balancing-Anpassungen sprechen, möchte ich ganz kurz nochmal auf generelle Fixes eingehen. Vor allem geht es hier um die Dark Zone. Und zwar in der Dark Zone werden die Spieler ja schon lange von Frame Drops transaliert und die Entwickler haben gemeint, dass da mit dem kommenden Update Schluss sein soll. Ich bin wirklich gespannt, ob die Entwickler hier Wort halten werden und die Frame Drops in der Dark Zone der Vergangenheit angehören. Dann gibt es noch weitere Anpassungen betreffend dem Oxidator oder eben auch der von Raserei. Hier wird es eben Anpassungen geben, hier werden Fixes stattfinden, denn das Ganze hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Eine weitere Sache betrifft einen Bug, den wir hatten bei empfohlenen Aktivitäten. Da konnten wir das Ganze nicht mehr schließen und jetzt wird es eben auch in Zukunft gefixt werden. Dann haben wir natürlich noch eine Sache, auf die ich an der Stelle eingehen möchte. Wir haben die Delta- und Foxtrot-Fehler. Das heißt also, wenn ihr einen Absturz hattet, dann konnte es eben sein, dass ihr eine Delta-Meldung bekommen habt oder eben Foxtrot. Und da sind die Entwickler weiterhin dran. Sie wollen das Ganze in den Griff bekommen, ist aber wohl noch nicht in Titel-Update 9.1 enthalten. Werden wir uns also noch ein bisschen mit rumschlagen müssen. Dann gibt es noch eine Sache, die natürlich all jene sicherlich unter den Nägeln brennt. Und zwar gab es ja einen SH-Debug, den so mancher genutzt hat, um hier seine Uhr zu pushen. Da haben die Entwickler ein Statement für abgegeben. Und das werde ich euch dann am Ende des Videos auf jeden Fall erzählen, was da eben stattfinden wird. Dann gibt es natürlich noch die Patch-Notes. Diese Patch-Notes zum Titel-Update 9.1 werden erst am Montag, also einen Tag bevor das Update online kommt, erscheinen. Und da könnt ihr dann das Ganze nochmal im Detail nachlesen. Ich versuche euch aber sowieso in dem Video so ausführlich wie möglich über alles zu informieren. Und sollte es doch weitreichende Veränderungen in den Patch-Notes geben, werde ich natürlich ein Update-Video machen. Jetzt kommen wir zur M1A. Und zwar, die Entwickler hatten gemeint, dass die M1A wieder genervt wird, nachdem sie ja erst genervt wurde, dann gebufft wurde. Soll sie jetzt genervt werden? Und offenbar handelt es sich da aber um eine Fehlinformation der Entwickler. Denn ich habe jetzt hier vor kurzem die Nachricht bekommen, dass das Ganze nicht allgemein gültig ist, sondern nur für Google Stadia gilt. Ob das Ganze irgendwie Sinn macht, das weiß ich auch nicht. Am Ende, schätze ich mal, werden wir uns einfach überraschen lassen, ob die M1A jetzt genervt wird oder eben nicht. Wie gesagt, erst hatten die Entwickler gesagt, ja, die wird genervt. Jetzt soll es sich hier aber um eine Fehlinformation handeln. Und daher würde ich sagen, bei dem ganzen Informationswirrwarr, was die Entwickler so an den Tag legen, werden wir uns wohl überraschen lassen müssen, was für eine M1A wir nach dem Update in den Händen halten werden. Dann geht es weiter mit den Balancing-Geschichten zu den NPCs. Und zwar erhalten die NPCs weniger Schaden und Präzision. Dann haben wir hier natürlich noch das Feuer- und Blutungsschaden. Auch hier beim Feuer- und Blutungsschaden wird es einen Nerf geben und zwar sowohl im PvE wie auch PvP. Dann geht es weiter mit einer Sache, die uns allen sicherlich ein Dorn im Auge ist. Und zwar geht es um die Granaten. Die Präzision soll hier verringert werden. Und je weiter ihr von den Gegnern entfernt seid, je ungenauer oder je unpräziser können eben die Gegner dann Granaten werfen. Es wird weniger Granatenpräzision bei den Hyenas geben. Es wird weniger Granatenpräzision bei den Black Tars Minentanks geben. Weniger Granatenpräzision bei Napalmgeschützen wird es eben auch geben. Elite-Gegner haben eine höhere Granatenpräzision. Das heißt also, die werden in Zukunft euch die Granaten etwas genauer vor die Füße schmeißen können. Warten wir mal ab, was wir hier ansonsten noch mit den Granaten in Zukunft erleben werden. Dann haben wir noch NPCs Präzision beim Blindfeuern. Das heißt also, wir haben ja Gegner, die aus der Deckung heraus, ohne zu zielen, euch trotzdem genau in die Augen schießen. Und das soll eben auch angepasst werden. Es soll allerdings so sein, je länger der Kampf dauert, je präziser werden dann wiederum die Schüsse aus der Deckung von den NPCs. Ich persönlich halte das für eine sehr, sehr zweifelhafte Entscheidung. Denn wenn man überlegt, wie präzise die NPCs im Moment aus der Deckung schießen können, glaube ich nicht, dass das hier Sinn machen würde, den NPCs hier dann wieder im Verlauf des Kampfes mehr Präzision zugutekommen zu lassen. Eine weitere interessante Sache in Bezug auf das Blindschießen. Es gab ja NPCs, zum Beispiel die Präzisionsschützen oder auch die Schützen mit Snipergewehren. Die konnten auch ohne Probleme aus der Deckung blind herausschießen. Und das soll in Zukunft eben auch so sein, dass es nicht mehr funktioniert. Die werden dann auf die Pistolen wechseln. Das heißt also, wenn ein Sniper oder ein Shotgun-MPC aus der Deckung schießt, dann benutzt er in Zukunft die Pistole. Dann kommen wir jetzt zur Aggressivität der NPCs. Das heißt also, in Zukunft soll das Ganze angepasst werden. Die Gegner werden euch nicht mehr so stark rushen. Wenn ihr in der Deckung irgendwo Schutz sucht, werden die das eben nicht mehr so ausnutzen und euch dann tot rushen. Hier soll das Verhalten der Gegner überarbeitet werden. Das heißt also, es soll dann wohl so sein, dass die Gegner dadurch nicht einfacher sind, sondern dass eben das Verhalten der Gegner eben anders ablaufen wird. Das heißt, hier müsst ihr zwar nicht mehr damit rechnen, dass ihr tot gerusht werdet, aber der Schwierigkeitsgrad soll dann wohl doch erhalten bleiben. Dann gibt es in dem Zusammenhang eine weitere wichtige Sache. Man konnte ja anstürmende Gegner zum Beispiel blenden oder eben verbrennen. Und hier war es so gewesen, dass die trotzdem weiter gestürmt sind mitunter. Und auch das soll in Zukunft anders sein. Die sollen entweder zum Beispiel bei einem Blindeffekt, könnte ich mir das vorstellen, an Ort und Stelle stehen bleiben oder sie sollen sich eben zurückziehen. Und damit werde man dann diesen Rush aufgehalten. Auch das finde ich eine interessante Entscheidung oder eine gute Entscheidung. Denn es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, dass ein Brenner oder Gegner oder ein geblendeter Gegner blind auf euch zustürmt in der Absicht, sich hier in den Suizid hinein zu begeben. Von daher ist es eine ganz gute Sache, wenn sie das hier entsprechend angepasst haben. Die Reichweite der Cleaner-Flammenwerfer, die soll angepasst werden. Es ist ja so, dass die normalen Cleaner mit dem Flammenwerfer schon eine relativ hohe Reichweite hatten. Und die Tanks der Cleaner, da war ja der Flammenstrahl, ich glaube über 25 Meter ging das. Und das ist natürlich extrem. Und da soll es eben auch eine Korrektur geben. Dann gibt es noch Informationen zu den ferngesteuerten Autos, die ja Explosions- und Brandschaden gemacht haben. Auch hier soll das Ganze genervt werden. Das heißt also, der Brandschaden soll wohl kürzer sein und auch die Explosion soll schwächer ausfallen. Auch meiner Meinung nach eine gute Entscheidung und auch die Spawn-Häufigkeit der Autos wird reduziert. Dann gibt es natürlich noch Informationen zu den Drohnen der Black Tasks. Hier ist es ja so, dass die solche Drohnen haben, die auf euch zufliegen und dann explodieren. Und die Spawn-Häufigkeit dieser Drohnen wird reduziert, ebenso wie der Schaden. Und dann haben wir noch weitere Informationen zu den Glühwürmchen. Das Glühwürmchen der NPCs hat ja in der Vergangenheit unfassbar viel Schaden gemacht. Und auch der soll nach unten geschraubt werden. Sprechen wir jetzt über die Heal-Packs oder Reparatur-Kits der NPCs. Damit konnten sich die NPCs ja vollheilen. Und auch das soll in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Hier wird es eben so sein, dass die NPCs nur noch zum Teil ihre Rüstung wiederherstellen können. Sprechen wir noch kurz über eure Skill-Fertigkeiten. Das heißt also zum Beispiel eure Drohne oder euren Drohnenstock oder andere Sachen. Hier soll der Schaden eben reduziert werden. Das heißt also, die werden in Zukunft nicht mehr so viel Schaden von NPCs kassieren, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Dann haben wir natürlich noch weitere Sachen. Und zwar betrifft es von Spielern verursachte Statuseffekte im PvE. Hier soll es eben so sein, dass Bluten, Gift, Napalm, Festkleben und so weiter, dass das Ganze verstärkt wird an NPCs. Das heißt also, wenn ihr einen NPC zum Brennen bringt, in Flammen den setzt, dann wird da eben mehr Schaden bei rumkommen. Genau das Gleiche eben bei Gift oder bei Blutung und dergleichen. Dann gibt es noch eine weitere Sache, die betrifft das Blindfeuern von euch aus der Deckung heraus. In der Vergangenheit war es ja so gewesen, dass euch die NPCs trotzdem unglaublich oft getroffen haben, wenn ihr eben blind aus der Deckung gefeuert habt. Und auch das soll in Zukunft nicht mehr der Fall sein, denn hier wird die Hitbox angepasst, sodass euch die gegnerischen NPCs schlechter treffen. Bedauerlicherweise gab es nicht so viele Informationen über das kommende Update, denn eigentlich sollte das ja Thema sein, genauso wie es keine Informationen zum anstehenden zweiten Raid in The Division gab. Ein bisschen was haben die Entwickler aber doch zum Update 10 gesagt. Hier soll es mit den Balancing-Maßnahmen weitergehen. Und die Entwickler sind auf jeden Fall dran, hier das Spiel zu verbessern. Wann das Ganze stattfinden wird, also wann das Titel-Update 10 dann live gehen soll, das wird wohl erst im Juni soweit sein. Genaueres weiß man bis dato hier aber noch nicht. Jetzt komme ich zum Schluss noch auf das Thema, was ich schon angesprochen hatte. Und zwar, die Entwickler haben diesen SHD-Glitch sehr wohl im Blick gehabt. Sie haben eben mitbekommen, dass manche Spieler das missbraucht haben, um ihre Uhr zu pushen. Sie haben aber gesagt, sie werden diesmal ein Auge zudrücken, behalten aber solche Aktivitäten oder auch andere, wo sich Spieler einen unfairen Vorteil eben herausholen, auf jeden Fall im Blick und werden da gegebenenfalls auch in Zukunft wieder durchgreifen, wenn das nötig sein sollte. Also Leute, glitscht nicht, macht's nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass die Entwickler auf dieses Thema angefixt sind. Jetzt würde ich mich natürlich noch dafür interessieren, was haltet ihr von den Änderungen, die eben mit dem Titel-Update 9.1 auf uns zukommen. Haut's mir mal rein in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Und dann habt ihr hier auf der linken Seite noch zwei weitere Videos von mir. Und auf der rechten Seite, da habt ihr den Abo-Button. Jetzt draufklicken, kostet euch keinen Cent. Und dann sehen wir uns demnächst wieder hier in The Division 2. Bleibt gesund und bis demnächst. Euer Latan.